Sooo Hey Leute So bei einem neuen Video mit Natürlich Felix Hi Äh und ja Natürlich wieder Wado-Vorbereitungen Das ist ja gar nicht Gut Äh Okay ich war gerade am Boden drin Nice Da hinten sind Bäume Wollen wir in die Mitte? Wollen wir mal zum Ausprobieren? Komm schon Doch 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 einmal einmal Also aus Test Lol Fast alle Rennen weg Leck Ich hab ne Waffe Ich hab ne Waffe Erst lecken Gebeg Gebeg Achtung hinter dir Gebeg 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 Ja komm Warte Warte kurz ou Geh Wow Ich kann nicht mehr rennen. Der ist sowieso tot. Na gut, jetzt komm! Naja, komm komm komm. Da ist eh keiner, also brauchen wir eigentlich nicht zu stressen. Ich hab mega viele Sachen. Äh ne, nicht da hinten, die haben so'n Schwert. Ich bin da. Ich, hinten 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 hinten. Zwei, zwei. Ja, ich bin zu kurz dir wahrscheinlich. Dann weiter, dann weiter, dann weiter. Dann einfach weg, oh nie, oh nie, oh nie, oh nie. Wo bist du? Ich schläge rum. Ja, gestorben wir ihn gleich. Nix. Ah, die sind zu zweit, Alter. Und die haben viele bessere... Rüst... äh... Trafen. Wir haben vier Leute. Alter. Die haben für dich abgelassen, ernst. Was? Alter. Ich renne weg, ich renne weg, ich renne weg. Links, links, links. Ja, ich bin dran, ich bin dran. Ja, ich bin dran, Sie sind dran, ich bin dran, ich bin dran. Oh, nee, Alter, das ist hier. Du kannst du aufbauen, du kannst du aufbauen, du kannst du aufbauen. Nice Nice also So, dann kommt man hier Auf jeden Fall schon mal Rüstung Oh ne Ich auch Du kannst aber mal in meine Sicht drehen, also Oder, ja, nicht kosten Dann gut, ich finde es in einer Sicht drehen Also ich glaube ich kill einfach Leute nachher Da ist es egal Da ist es egal Da ist es egal Ich stehe wahrscheinlich wieder auf Essen, ne? So hatte ich, ich glaube jetzt jemanden, ich will jemanden töten Ist es jetzt egal, ob ich die gute Clip bin oder nicht Das Essen auf jeden Fall Das Essen auf jeden Fall Nice Ich stehe denn jemanden Ich stehe denn jemanden Ich stehe denn jemanden Ich stehe denn nicht zu gestorben Ich glaube jetzt irgendwie ich habe Bock Ich habe mich auszulisten wisten sich niemand ich gehe mal in die mütze warte Ich geh rein. Schmiel, zweiter Hut, alter. Wollsteinschwert. Ich will jemanden töten, Mann. Schlechtschwitzel. Nein, nein, nein. Ich geh jetzt aber mit zum Töten. Hoffentlich jemanden. Das ist die Schluchtscheiße. Das ist die Schluchtscheiße. Das ist die Schluchtscheiße. Das ist die Schluchtscheiße. Was ist das? Von Thür Это. He, war doch da Ich bin jetzt... Jetzt zum... Gehen, Chris! Ah, da ist er! Bin ich... bin ich dumm? Ich töte grad... Töte ihn! Scheiße, Alter, ich hab den... Ich war einfach etwa 10 Stunden oberhalb von dem Das ist ein bisschen rennen Yankees Gonna nix sagen aber Hinti ja war jemand Ich weiß nicht was ich weiß ich weiß Ich mag aber noch jemand Das ist noch eine tiefere Höhle. Was ist das denn? Oh, oh, Alter, das ist ein... Als ob das ist... Ist das eine Schlucht in der Schlucht? Das ist eine Schlucht in der Schlucht. Ich bin Gunther. Heil. Wie kann's das denn? Auf welche Höhe bist du eigentlich? Höhe, ähm, 12. Genau, perfekt. Also passt perfekt. Dann such jetzt jemanden! Ja, warte. Äh, ich brot zu essen bisschen... Kohle. Äh, Kohle. Äh, ich brot Kohle. Ich brot Eisen. So. Oh, jetzt Kohle. Scheiß Umweltverschmutter. Ihr sterben, du Bastard! So, und so, und... Dann mach mal hier Kohle rein... Äh, Eisen rein. Hier. 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 Gut, dann... Schmeiß den Scheiß mal weg. Ich hoffe, es kommt niemand von hinten. In Skeletz also. Ich tauchte schon. Oh, nee, Mann. Wenn ich jetzt geschoben wäre, durch das Skeletz wäre es gewesen. Oh, Mann. Ja. 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 Gehbe raus, anny warte. Kann das noch braten. Kann das noch braten. Ich mach wieder kurz stumm. Was ist denn los da? Ist das ganz selbst stumm? Ja, ist ein... Kommt noch was brauten hier? Kommt es dann vielleicht ziemlich zubauen? Nee, das ist irgendwie... Verschwendung, ich sag mal so. Äh, gut. Ähm... Okay... Das war... äh... nicht so gut. Nee, warte. Nee, nee, nee. Ich mach später ein heißes Schwert. Alter, zum Glück hatte ich Rüstung. Er ist sonst tot. Ich mach es mal ab. Ich mach das erstmal. Ich mach die Handfarben an. Ich mach das nicht mit und in dir. Aber du kannst jetzt... ich mach euch mal ab. Dann könnte ich ja nacheim mal ab. Scheiße. Komm mal, ein Eisenschwert. Oh, das holst du mir doch doch schon. Kann ich die Steinschwerze wegschmeißen, nein, das wollte ich nicht, egal, was mit dem, was mit dem, weg, 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 gut, dann kann ich was rausnehmen, ne, nicht rein, von dem Ganzen, ja, was denn, fangen wir einfach ab, nicht schlecht, warte, ne, hab ich nicht, scheiße, das Gold, das war dumm, 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 Gold nochmal, leider keine Opfel, das war dumm, 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 es gibt nur so ein bühner kommen um die Zeigehörschrein in die Schalte, ja egal so machen wir es weiter so anziehen da war doch was an Triefe oh scheiße Bruder Blöcke, Blöcke, Blöcke ich hätte es zwar noch weiter wollen, aber egal bis der Bruder kommt Scheiße, weg hier Gold aufbauen ja scheiße, ich mach jetzt nicht, ich suche jetzt keine Videos mehr suche jetzt Äpfel hier über 35, ok ist irgendwo Lava? wenn ich jetzt einen Lavafluss reinbaue, dann bin ich ok das ist die Schlucht von vorhin sehr wahrscheinlich dann packen wir Alfa weiter hoch, ne okay darauf ich habe keinen bock auf äpfel zu warten da ist sie ist da jemand ja da ist tatsächlich jemand was hä er hatte nur herzen hä da hatte nur herzen ist er nicht tot nur hä hä wann ist er nicht tot kann ich mir nicht vorstellen das ist ein bisschen äh komisch äh ich habe auch gedacht ich habe ihn viel besser gehittet als äh der mich ja hä hä ich hab den getötet eigentlich so überlebt noch und sie war mich ja ja ist stand ja auch im Chat der hat null herzen ja eben null herzen hä 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 ja ja scheiße gar also tschau Leute ne Vielen Dank.